novena zum heiligen apostel paulus 7 der tag zu ehren der wunde der rechten hand im namen des vaters und des sohnes und des heiligen gestes amen zu ehren der wunde der linken hand nam des vaters und des sohnes und des heiligen gestes amen zu ehren der wunde des rechten fußes nam des vaters und des sohnes und des heiligen gestes amen zu ehren der wunde des linken fußes im namen des vaters und des sohnes und des heiligen gestes amen zu ehren der wunde der rechten seite im namen des vaters und des sohnes und des heiligen gestes amen Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deine so sehr geliebten Braut Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deine so sehr geliebten Braut Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Herr unser Gott, du hast den heiligen Apostel Paulus auf wunderbare Weise berufen und dazu auserwählt, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Lass den Glauben, den er Königin und Völkern gepredigt hat, in der ganzen Welt Aufnahme finden, damit deine Kirche überall gedeihe und wachse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 2. Korintherbrief 5, 20 Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Paulus, der Botschafter Christi Als Botschafter Christi, als sein Gesandter gündet Paulus das Bedürfnis nach Gehrung. Paulus drängte Christen dazu, ein tieferes Versternis der Liebe Gottes zu suchen. Denn Gott ließ zu, dass sein einziger Sohn für uns am Kreuz einen schändlichen Tod starb, damit alle Menschen das ewige Leben erlangen können. Jesus Christus eröffnete uns den Weg zum neuen Leben. Aber wir müssen uns entscheiden, diesen Weg der Versöhnung zu gehen. So beten wir. Heiliger Paulus, hilf uns, dass wir versöhnt mit Gott und der Kirche leben, dass wir immer mehr ein Zeichen für Gottes Vergebung werden, das die Welt berührt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, Verkünder Gottes Wahrheit und Lehrer der Völker, bitte du für uns, bei Gott. Chlorischer Heiliger Paulus, aus einem Verfolger der Kirche bist du zu einem Apostel voll glühendem Eifer geworden. Um den Erlöser Jesus Christus bis an die Änderung der Erde bekannt zu machen, hast du Gefängnis, Geiselung, Steinigung, Schiffbruch und sonstige Verfolgung erlitten. Und schließlich hast du bis zum letzten Tropfen dein Blut vergossen. Bewirke in uns, dass wir die Leiden, Bedrängnisse und Nöte dieses Lebens als Erweise der Barmherzigkeit Gottes annehmen. Amen. Damit die Schwierigkeiten unserer Bürgerschaft uns im Dienste Gottes nicht ermüden lassen, sondern unsere Treue und unseren Eifer mehren. Bitte neu zu Ehren der Heiligen 14 Nothöfe. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, höre uns. Erbarme dich unser. Gott, Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Gottes Gebärerin. Bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen. Bitte für uns. Heilige Maria, du Helferin der Christen. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael. Bitte für uns. Alle heiligen Engel. Bitte für uns. Alle heiligen Chöre der seligen Geister. Bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer. Bitte für uns. Heiliger Josef. Bitte für uns. Alle heiligen Patriarchen und Propheten. Bitte für uns. Heiliger Petrus. Bitte für uns. Heiliger Paulus. Bitte für uns. Alle heiligen Apostel und Evangelisten. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Georg, du Überwinder aller Zweifel wieder den Glauben. Bitte für uns. Heiliger Plasius, du Helfer in Halsleiden. Bitte für uns. Heiliger Erasmus, du Tröster in körperlichen Schmerzen. Bitte für uns. Heiliger Vitus, du Patron der Jugend. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Pandaleon, du Patron der Kranken. Bitte für uns. Heiliger Christophorus, du Retter in Gefahren zu Wasser und zu Land. Bitte für uns. Heiliger Dionysos, du Erleuchter in Gewissensunruhe. Bitte für uns. Heiliger Syriacus, du Helfer in Anfechtung des Bösen Feindes. Bitte für uns. Heiliger Aratius, du Beistand in Todesängsten. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Eustachius, du Ratgeber in den verwickelsten Drangsaalen des Lebens. Bitte für uns. Alle heiligen Märtyrer. Bitte für uns. Bittet für uns. Heiliger Egidius, du Patron der Beistanden. Bitte für uns. Alle heiligen Mönche und Einsiedler. Bittet für uns. Heilige Margarita, du Helferin der Mütter. Bittet für uns. Bittet für uns. Heilige Katharina, du Patronin der büßenden Sünder. Bittet für uns. Heilige Barbara, du Patronin der Sterbenden. Bittet für uns. Alle heiligen Jungfrauen und Witwen. Bittet für uns. Alle heiligen Gottes. Bittet für uns. Sei uns gnädig. Verschone uns, oh Herr. Sei uns gnädig. Erhöre uns, oh Herr. Von allem Übeln. Erlöse uns, oh Herr. Von aller Sünde. Erlöse uns, oh Herr. Von deinem Zorne. Erlöse uns, oh Herr. Von Zorn, Hass und allem bösen Willen. Erlöse uns, oh Herr. Von heimnischer Nachstellung des bösen Feindes. Erlöse uns, oh Herr. Vom Pest, Hunger und Krieg. Erlöse uns, oh Herr. Vom Blitz und Ungewitter. Erlöse uns, oh Herr. Von dem ewigen Tode. Erlöse uns, oh Herr. In all unseren Nöten und schweren Anliegen. Erlöse uns, oh Herr. Durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung. Erlöse uns, oh Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache deiner heiligsten Mutter und mächtigsten Nothelferin. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache der 14 heiligen Nothelfer. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache aller Heiligen. Erlöse uns, oh Herr. Am Tage des Gerichtes. Erlöse uns, oh Herr. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Erhöre uns. Dass du uns verschonest. Dass du uns verzeihst. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns zu wahrer Buße und Erkenntnis der Sünde entführen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du deine heilige katholische Kirche regieren und erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du unserem Volke Frieden und Einigkeit verleihen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du den Verstorbenen die ewige Ruhe schenken wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Sohn Gottes. Wir bitten dich, erhöre uns. O du Lamm Gottes, welches ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. O du Lamm Gottes, welches ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. O du Lamm Gottes, welches ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Erbarme dich, unser, o Herr. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich, unser. Christus, erbarme dich, unser. Christus, erbarme dich, unser. Herr, erbarme dich, unser. Herr, erbarme dich, unser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Bitte für uns, o ihr heiligen 14 Nothelfer, dass wir würdig werden der Verhelfungen Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, dass du die 14 Nothelfer wegen ihrer vorzüglichen Tugenden mit ewiger Herrlichkeit gekrönt und sie dadurch ausgezeichnet hast. Dass wir schwache Menschen sie in unsere Nöten anrufen sollen. Wir bitten dich durch die Verdienste dieser Heiligen. Gib uns die Gnade, dass wir ihnen in der Tugend nachfolgen und für das Heil unserer unsterblichen Seele sorgen. Schenke uns Nachlassung aller unserer Sünden und deinen Beistand zum Guten, damit wir bis zum Ende in deiner Liebe verbleiben. und nach diesem vergänglichen Leben mit der Krone der ewigen Glückseligkeit belohnt werden mögen. Erhöre gnädig unser Bittern. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heiles. Wir flehen deine Güte an, dass du die Brüder und Schwestern der 14-jährigen Bruderschaft, welche aus der Welt ausgedient sind, auf die Fürblich der Allzeitreinen, Frau Maria, und alle deiner Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Seligkeit gelangen lässt. Gott, du Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen Nachlassung aller Sünden. Damit sie die Verzeihung, die sie allzeit gewünscht, durch fromme Fürbitte erlangen, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gebetet zum heiligen Apostel Paulus. Heiliger Apostel Paulus. Bitte dem barmherzigen Gott, er wolle unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus. Bitte für uns Sünde. Bitte den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er uns nach dem Reichtum seine Herrlichkeit gibt, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, damit wir in Liebe, gewurzelt und gegründet dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen. Was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden, bis zur ganzen Fülle Gottes. Gedenke in deinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung der Wahrheit gibt, in der Erkenntnis deiner selbst und erleuchteter Augen unseres Verständnisses. Damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Ihm sei die Ehre in der Kirche, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Gott des Friedens, ermöge uns durch und durch heiligen und unser ganzes Wesen, den Geist, die Seele und den Leib untatlich bewahren, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bete alle Zeit für uns, dass unser Gott uns der Berufung würdig macht und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird und wir in ihm. Gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Heiliger Apostel Paulus, Bitte für mich Sünderin. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin, Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin, Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin, Heiliger Apostel Paulus, Bitte für mich, Sünderin. Bitte für mich, Sünder. Bitte für mich, Sünder. Bitte für mich, Sünder. Bitte für mich, Sünder. Heiliger Apostel Paulus, bitte den barmherzigen Gott. Er wolle meiner Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken. Heiliger Apostel Paulus. Bitte für mich, Sünderin. 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 Heiliger Apostel Paulus. Bitte für mich, Sünderin Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich, Sünderin Heiliger Apostel Paulus, bitte den barmherzigen Gott Er wolle meine Seele die Verzeihung, meine Verfehlungen schenken Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kinderlieb Und allen deinen Segen geben Die Verzeihung, meine Verzeihung, meine Verzeihung Die Verzeihung, meine Verzeihung, meine Verzeihung Die Verzeihung, meine Verzeihung, meine Verzeihung